ja wieder ein oder die nächste runde dieses mal dritte runde ist das jetzt auch nö komm schon alter wie viel entweder der spielt echt schon recht ziemlich lange oder spielt einfach mit geld einfacher macht fach 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 ist einfach nur nervig ich weiß was jetzt gibt es die richtige revenge jetzt habe ich auch die knarre nein über mir ist gar nicht gerechnet wer mich wieder gesehen hat verdammt man 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 ganzes magazin daneben geballert schon wieder das geht ja mal gar nicht so jetzt gibt es das große magazin da wird nicht mehr daneben geballert meine fresse ich bin vom spielen her wahrscheinlich viel zu nervös sowas nennt man dann leer geld rauch gas alles mögliche noch nicht da wo er umtreibt ach komm schon wie lange habe ich den jetzt noch nicht gekillt ist doch unglaublich zwei treffer jetzt noch reingehauen das nächste mal geht jetzt das nächste mal geht jetzt ja im endeffekt habe ich wahrscheinlich den höheren pingen was dann im endeffekt auch heißt ich habe den kürzeren gezogen was reaktionszeit und so weiter angeht oh man der char wird wahrscheinlich auch einige extras haben schnell was nachladen so sachen das ist so gemein weißt du denkst du gehst in den nahkampf und dann doch nicht und dann hast du die falsche waffe dabei schon wieder so dämlich verzogen oh man man, 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 man na endlich man muss man muss dafür viel ruhiger sein nicht so gestresst wie ich das immer bin ja fehler zu lange gewartet ach, das ist so wenn du nicht weißt, wo dein Gegner langläuft außerdem der hat das immer auf Kopfhöhe immer immer auf Kopfhöhe und ich habe das Problem, ich ziehe immer auf die Schultern oder die Brust weil da die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass man trifft unglaublich wenn man die ganze Zeit nur so ruhig ist, als ob man nur eine Schiene hätte, wo man links und rechts bewegen kann ob man nein einfach unglaublich ich muss aufhören mit Granaten zu spielen außer natürlich in so Situationen man komplett daneben geballert unglaublich das habe ich gesehen nice try Glück gehabt aber das war auch nur wegen der hohen Streuung manchmal hat man Glück manchmal hat man Pech jetzt steht 60 zu 200 das ist nicht gerade gut irgendwie klar oh man na Kampf da bin ich gut nice da kannst du mich vergessen ah ah wow scheiße war das ein Glück oh oh man oh man oh man oh man jetzt muss ich mir aber was ausdenken hier am besten wirklich nein 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 ich nicht nochmal oh ich habe mich aber nicht bewegt wow aber er hat einfach damit gereicht nicht klar schön dass das Ding so eine Streuung hat ok ok ah besser reagiert wow wallshot headshot alter Schwede das ist jetzt langsam echt übel übel ich weiß wo du bist hinter mir aber ich müsste in diesem Treffer gelandet haben ja ja oh man oh man oh man oh man oh man so langsam wird's so langsam wird's oh scheiße nee 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 das kann ich nicht machen auf zu toten boah das ist gemein boah ah ja gut er hat mich vorher gesehen klar das ähm er gibt natürlich dann Sinn mhm Arschloch shit jetzt muss ich mir was ausdenken wie ich da rauskomme jetzt auf Angriff gehen wow scheiße ich dachte der hat nur gelebt oh man naja 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 ah schon wieder falsche chat hm oh man oh man oh man oh man oh man oh man oh man